hey und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von high on life eine ewigkeit und 450 Tage später. Ungefähr. Wir können safe irgendwie einen Double Jump machen. Ah, ich vergesse, wie? Ahaha. Ja, stimmt, das ist das letzte, was wir noch kennen. Wir haben uns ja letztens irgendwas kauft, wir können uns auch einen Jump machen. Ja. Ich habe eine Zeitbubble auf der G3, auch. Und versuche, die Bubble mit meinen Krystallen zu laden. Dann sehen wir, warum ich der beste Gatleon bin. Wir werden eine gute Team machen, ich kann es fühlen. Hör einfach alles, was ich sage und nicht die anderen Gatleons benutzen. Ah, so. Wir können da jetzt verschiedene Gatleons verwenden. Lord. Da ist ein Mouser in der Mitte. So, wass next? You turning the bounty somewhere? Go do that, we can wrap this up. Uh. Schau, die Lissi schreib uns wieder. Kommst du zurück nach Hause? Ja. Ja. Jetzt sind wir wieder da. Let's check it out. Nice. Oha. Trashback Babies. Moussack Babies 9. Putzender Frilly. Nur ein Typ, der putzt. Nichts besonderes. Nicht einmal so lustig. Aber ja, er putzt absolut die ganze Zeit nur. Ständig. Er hat es auch mit Absicht. Er schiebt es hier raus, auch wenn er es nicht tun muss. Er ist krank im Kopf. Ja. Da bin ich mit dem Rolles gewesen da. Passt da. Du hast eine schöne Aussicht. Ah, nicht schlecht. Schau, da hinten ist auch nicht. Und da oben ist auch nicht. Aber wie ist so mit dem... Ah, lol. Geht das? Das wird zu Hardcore. Und dann? Oha. Nooo. What? What? Where did it happen? So, jetzt sind wir irgendwie hier. Kehrt nach Hause zurück. Irgendwo da oben. Blicken da unten. Lol. Anscheinend wenn ich gerade da... Wohin will ich nicht hinzu. Aber ich glaube, dass das mal anscheinend ein anderes Mal gehen muss. Weil... Wir kriegen ja sonst wieder... Noch einmal runter. Lol. Ist das unser... Portal? Ja. Ich finde mich noch nicht immer was passiert. Weil wenn ich mit dem Knife... 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 Hey, you gonna turn in that bounty or just loiter in my living room? Sorry, your living room. For now. Oblivion. Is that G3? Cool. You're kidding me. Had a deal. It's Lizzy. And that's not my kid. Jesus, we're siblings. Sorry, I don't know how your species works yet. Sibling, fine. Got it. Doesn't change a thing. I live here now. Come on. Can't he find his own place to stay? Hey, that's not right. I'm barely taking up any space. You know we had a deal fair and square. Come on. Come on. We got going here. You should all be happy. Both of you. You and your mom. Oh, now I know you're doing this on purpose. I'm the sister, not the mom. But you knew that, didn't you? Sorry. My bad. You come waltzing back in here stinking like dirty flimborg. Of course, I'm gonna get distracted. You shouldn't be hanging out with that flimborg boy, you know? Can't trust that species. Tweak's harmless. And nice. You're being spacist. And he's not my boyfriend. Yet. Trust me. Flimborg's a bad news. Come on. Have my back here. Mm-hmm. Some was. Okay. Yeah. You got me there. Thank you. God. I just don't think I can take much more of this guy. What? You think this is easy for me? If I'm pissing you off, at least you can leave. But my legs don't work. I'm stuck listening to your boy trouble every time I'm trying to watch my story. I can't even get peace and quiet in my own home because there's an alien cripple jerking off on my couch 24-7. Hey, come on. That's a high estimate. Ew. I was kidding. Yeah, me too. I was kidding. We all know I was kidding. Aren't you gonna say anything? Whose side are you on, anyway? Hey, all right. I can see I'm being a little bit of a bother. Look, I'll try to keep it down when I'm watching my stories. Just don't put me back on the streets. I really do want to help you. Fine. He can stay. But only until he finds somewhere else to go. I'm grateful. I mean it. But I've already missed half my program, so can everyone just shut the hell up? Ugh. All right. That's enough excitement for one day. You got more bounties to get to, kid. And you might want to check out the pawn shop to see what you can spend your new payout on. Oh, that was tense. It's times like these. I'm almost relieved. I don't have any family left alive. But not really. I miss them a lot. Hey, just so you know, you can use the bounty 5000 to revisit any planet you've been before. There's portal doors all over. You can just use them whenever and grind for money, look for loot you miss. Whatever. Up to you. Just don't I tell you. So, Joab, schreibt uns schon, dass er neue, dass wir Items gekriegt haben oder Gold gekriegt haben und wir wieder abgehend zu uns wieder Gold ausgeben, ne? Das hätt ich gern. Ob ich's da gekommen. Ob ich's vergessen. Und wer ist Tweak? Ich hab irgendwie von einem Tweak gesprochen. Reckner forschen oder die nächste Copperfield starten. Okay. You better watch your step, kid. I ain't give you all this swag for free. I feel like they didn't tweet the alien that was dated. Tommy and the T-rex, those are the T-rex teenagers. What? Good luck out there. I'm gonna go explore Blim while you're out there bounty hunting. Hey, be careful out there. Humans are a valuable commodity. Someone might try to snatch you up. I can take care of myself, Gene. I almost thought you were gonna leave me out to dry. Anyway, be careful out there. You can do this. Okay. Ich sag wir schauen mal zu dem Blumen, wenn das jeder will. What? You the owner of this house? It can't be here. Gotta give you a ticket. Okay. Yeah, wenn unser Haus Porsche parkt. Das ist ein kleines Problem. Verstehe. Ich weiß, dass du weiter geht, eigentlich. Bellen. Oh! fou... little shiiiit allie what the fuck are you doing man that's not a good prank that's not a mean prank like if i know of that duske gild konings also kiste oh i like still we can have a gun we can have a gun oh yeah okay i think show is over stop watching it stop watching it the show is over stop watching it it's a bit like Berndes Brot or so we should sleep but anyway lacht noch Berndes Brot I like that ok 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 aliens buy sell bomb nice what should not ok 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 jeder liebt es herumzukommen und spaß zu haben aber die kopfgelegen sind nicht zum spaß. wenn ein kopfgelegen herumkommt dient das herumkommen besser einem zweck. mit der raketenbetriebe in gleitstoßeinheit schlägt man mit voller kraft in das weltraum ekwistik auf böse wichte ein und es macht spaß. ok dann haben wir so einen tank wahrscheinlich ist er besser dann und ein gatoral fach willst du mehr gatoral besitzen ok da können wir mehr soren besitzen lol können wir so einen strambler holen nicht zu verkaufen er geht nochmals so um den nachladetrakt diese organe so von kitz kennys in ihre schleim trakte so dass er im nächsten schuss schnell lachen kann er sieht gut wow wir haben hier gedacht so das ist so witzig und oft gestürzt keine Ahnung was ihr hier zahlen wollt etwa zahlen ist aber nicht mehr so da sind ganz viele sachen noch tatsächlich eben den nachladetrakt dann klumpen klumpen ihre ein spaßiges neues organ für kennys mit dem er schneller schleim erzeugen kann so dass du mit weniger applizieren schneller zu den klumpenschüssen zurückkehren kannst das hat nichts damit zu tun und interessiert dich wahrscheinlich nicht aber es hilft auch bei der aus der dass stimulation ok emotionsbeutel diese winzige biologische optimierung gibt keinen platz von mehr promotion zu halten auf dieser weise kannst du viel mehr verfehlen und dir geht trotzdem nicht die motion aus oder kannst du einfach nicht verfehlen und mehr schüsse landen abprallreflektor mod auf diese verstärkung bezieht kennys schleim mit einem gummiartigen membran und möglich ist seinen primärschüssen dik von allen feinden abzubauen mit denen du in der luft jonglierst diese abrallenden schüsse können andere bösewichte in der nähe treffen und das nimmt kennys die fähigkeit etwas saures zu schmecken aber das ist für den kampf nicht relevant also eigentlich finde ich das ziemlich useful und da werden wir wahrscheinlich die andere wochen upgraden können und da kann man den anzug upgraden i see i see und das ist für die schildern ein kind haben wir bisher noch etwas gemacht in diesem planeten glaube ich zumindest und ich glaube da ist alles für nichts das kann man alles nicht kaufen oh das geht zum kaufen die aller also die albert einstein geschenke der galaxy das neue du es ist wie du aber neu es kann besser lernen als du es kann besser lesen als du es kann besser denken als du du kannst es und jetzt wird es dich sogar überleben glaubst du ein paar mehr schläge auf den schädel halten es am boden glaube es nicht einfach denn das neue du ist da und du bist raus ja jetzt gesagt alles das nutzloseste ist kauf uns ok er hat dann einfach umgeknickt ja was kann man mit diesen ganzen blockaden machen oder was das ist jetzt gehen wir rein in dem das 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 ist alles was du sagen wolle super also also wie gesagt haben wir gesagt die Dura denke da muss man mal ein Buch lesen aber es sind zwar was ist das Unterschied ich glaube wir wollen nicht sterben und es gibt aber so zu sehen und wenn du dann dieser vernünftigen kopfgeldjäger bist ist das hier deine meine Idee ich biege mir Angst dazu damit du mehr gesundheit schweilen kannst damit du länger im Leben bleibst ok verstehe ich ja und das Ding ist auch spannend wo man LKWs verschießen kann ich verkoste das 1400 ist also teuer ok wir lesen die aber nicht durch das machen wir anders mal ich will das da haben dass es öfter abrollt die Waffen die Munition halt großartig ja jetzt haben wir noch 1000 Pesos dann hätten wir wahrscheinlich Spermason danknehmen weil sie das preislich gut ausgibt den Rest finde ich nicht so funny aber sonst lesen wir das doch noch durch Nachladetrakt ok das wäre das gleiche RONOLEVA 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 das ist nicht so viel und es ist lustig für mich zu sagen es gibt mir ein bisschen Freude ich weiß nicht ich liebe meine Mom ich habe das ganze BIRST von Adrenalin ich weiß nicht was es ist vielleicht ist das das etwas wie ein Teenager ist ist das ist Rebellion Puberty ich bete ich weiß nicht das ist was ist die das die 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 Kronolever die als Weezys zeitbar so möglich die Zeit zu überlassen und die Abmissung nachzubrennen zu verkürzen ok Munitionsbeutel ok wir machen das erstmal was nächstes machen glaube ich die Gleichstoßeinheit wir können die Welt nur forschen ich weiß nicht ob sie damit nur D-Wald machen oder auch eine Kopfkartjagdstab die haben zwar noch nicht alles Telefon ich will eine Pizza jetzt ich will eine Pizza jetzt 30 Minuten oder weniger ich brauche es instantanäne und ich weiß wir haben die Technik für das warum hast du immer noch Pizzas auf meinen Fuß einfach zu mir es gibt etwa 10 verschiedene man kann das jetzt Portalstor Workbasis alles ich weiss nicht einfach zu mir jetzt warte warte ok wir wollen eine Pizza lieferung haben ich meine wenn ich so viel von Pizzerin habe ich habe auch Bock von Pizzas wo ich gerade wieder gegessen habe aber man kennt es wie sich so Pizzas geniebt oder ich habe letztens eine weirde Pizza gegessen einfach so eine Pizza ich wollte nicht mehr Schrimpizza haben einfach nur weil Schrimpizza ab und zu richtig nice oh das war die einzige natürlich weiß man kann die Zutaten auch verändern aber was de ich muss es auch essen wie man es kriegt war einfach noch gar ganz so da drauf die Kombination war kind of weird aber ich brauche jede 3-4-5 Monate immer irgendeine Malzeit mit Gorgonzola und dann reicht es dann wieder für 4-5 Monate Alter wie viele Monate warte Jesus will schon auch noch mehr was ist das für ein Schroppwesen Krustlord einfach nichts ich hätte aber gesagt vielleicht kann man ja noch mehr forschen weil zum Beispiel da rauf springen schauern wir das aber sonst können wir das sicher auch später machen wenn man quasi mehr Sachen freigeschalten hat wenn man quasi mehr Sachen freigeschalten hat oder kann man auch zu den anderen Welten teleportieren ich meine rein theoretisch kennt man da wahrscheinlich obigen wieder aber warum und jetzt schauen wir mal ob man in Wirklichkeit auch noch die anderen Welten erforschen könnte weil können wir da jetzt wirklich in jede Welt teleportieren wo wir schon waren irgendwie ah Autoporder da sind die Portale und da sind die Belohnungen quasi und anscheinend können wir wirklich zu den anderen Maps springen würde ich aber jetzt eben mal noch nicht machen weil ich glaube dass wir erst so da was zum Beispiel da gibt es so eine Wand mit so wo wir irgendeine Eigenschaften brauchen die wir noch nicht haben also machen wir das einfach später hätte ich gesagt oh den hätte ich noch durchlesen können G3 Leiter der Bukerle Abbauarbeiten beaufsichtigen den Abbau und die Verschiffung von Frank Fergus einer empfindlichen Droge auf C4 Paradies Paradies oder Paradise scheint sich darüber zu ärgern dass er in die G3 Hierarchie einen der erdnehmigen Rang hin hat ja er schaut einfach wild aus der Kugels und die würden uns noch was sagen oder nicht anscheinend nicht ja schauen wir mal rauf vielleicht wenn du da was verändert also du da was verändert ich sehe ich wieder ich sehe 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 wir gehen zum nächsten Boss WTF wir sind auch in Satisfactory gelandet oder ähnlich die Leute die Sprogram im ähniler Paradise ja мол sol Kindle raus ok er war somit eine Luis wo eigentlich wow oh Oh shit, a G3 Greton. Okay, now the cartel knows we're here. Take wood. Und das Alphanchen hat nicht da. Das ist wirklich alles für dich. What? Ich bin noch nicht in diesem Teil des Alphanchen. Rot. What? Oh shit, okay! What? Toad so wie ein Ringo, Kista. Die roten Zandaschan? Ah! und nur ein Gegner halt, ja. Ich hab schon wieder ziemlich viel money. Das ist ja irgendwie ein Mario Kart Wii, die eine, fast die Olle aus der Strecke. Oder ist das eine Bound? Kennen wir das noch nicht? Irgendwie, wenn es rot ist, glaube ich, dass es noch nicht funktioniert. Oder? I guess so. Das ist gut. Das ist gut. Oh! Ich habe die Nivea, aber ich habe die Nivea in den Kopf. Ich habe die Nivea in den Kopf. Ich habe die Nivea. Ich habe die Nivea. Ich habe die Nivea in den Kopf. Ich habe die Nivea in den Kopf. Ich habe die Nivea im Kopf. Ich finde es, ich habe die Nivea. Es ist Mord. Es ist Mord. Es ist Mord. Ich weiß nicht, dass du irgendwo in die Kiste bist. Was geht da? Oh, das ist falsch. Ich weiß nicht, wie es zack wird. Jetzt geht die andere Richtung. Da ist die Kiste. Das geht aber nur noch in die Kiste. Wir müssen noch einen Dura-Tank kaufen. Oder vielleicht irgendeine Leber- oder Nierebebung. Dann verkürzen. Geilen Weg oder was auch immer. What the fuck. Ich weiß nicht. 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 Sie müssen sie aber auch, Sie haben eine Fertigung. Das ist ein bisschen besser Remy ist wieder Kenny zum Baddisch Hast du es wieder? Kenny nicht Wow das ist Ah, die Schuze sind nicht gegen den Bremsen. Ah, da muss ich mal. Ich weiß nicht, dass ich die Schuze war. das war das ist das ist das ist das ist die hat ja da sind die eingesperrten die witzigen Wächer hätte man vielleicht die als quasi so soll ich sagen da wären die random den Gegner angegangen und das wäre witzig gewesen what the heck so dann hören wir da mal an den Punkt auf dann danke fürs Zuschauen falls ihr die Folge gefallen hat geben da auch um und bis zum nächsten Mal Servus